Musik Keime und Lucia sehen ängstlich aus dem Fenster. Sie warten auf den Gerichtsvollzieher, der sie aus ihrem Haus setzen will. Musik Hermann und Lucia sind leider keine Ausnahme. Seit der Bankenkrise wurden in Spanien bereits mehr als 300.000 Familien aus ihren Häusern vertrieben. Und auf einmal standen die Länder selbst im Auge des Sturms. Sie hatten viel Geld ausgegeben, um die Banken zu retten. Harte Sparmaßnahmen mussten das Loch in der Haushaltskasse ausgleichen. Falls nicht, würden die Finanzmärkte den Hahn zudrehen. Gipfeltreffen nach Gipfeltreffen, sagten die europäischen Führer, um die Zukunft unserer Kinder zu sichern, müssen wir auf dem Alter des Euros Opfer bringen. Gipfeltreffen Gipfeltreffen nach Gipfeltreffen nach Gipfeltreffen Die meisten, die dies am eigenen Leib erfahren durften, sind die Griechen. Die faulen Griechen, die nicht arbeiten, sondern ständig im Urlaub sind. Meine Analyse ist, dass in Zeiten der economischen Krise... ... und immer nach einem Zondebok wird. Das ist eine totale Mythe, dass die Grieken leid sind. Es ist so, dass die Griechen von alle 27 EU-lidstaten... ...hierst werken, nämlich 40,6 uur per week. Die Nederlander sind auf 31,2 uur und die Belgen sind auf 32 und noch etwas. Das ist nicht wahr und die Nord-Europäische Pers muss einfach aufhalten... ... mit der Onzein aufschreiben. Ich glaube, dass dies ein Unternehmen sehr viel verwendet wurde... ... und das nicht mit der Realität ist. Es hilft, die Amerikaner zu sagen, dass sie das sagen... ... um die politische politik, die sie verwendet sind... ... die katholische Wirtschafts- und katholische Wirtschafts- und katholische Wirtschafts- ... und katholische Wirtschafts- und katholische Wirtschafts- Kristina ist Journalistin bei einer bekannten griechischen Zeitung. Sie wurde schon seit über einem Jahr nicht mehr bezahlt. Es ist höchstens primarily zu reden, ob jemand mit den Ver ponieważ ist. Die meisten Menschen wollen nicht erkennen, weil er false zu machen... ... denn er somit wollen oder 찍ern lassen, auf dem Submitglied zu hid.? Ich bin in eine Mikro-Astikie-Gitonien. Ich bin eine Gitonien, wie viele in Athenien sind. Und ein Tag, ein Tag, ich habe einen Mann, der weiß ich, dass ich hier, in meiner Gitonien bin. Ich habe ihn, dass er das Schuppet der Tenecke hat, und ich habe ihn nicht gesehen. Und das ist eine Realität, die wirklich sich verabschiedet hat. Ich glaube, das passiert heute in Deutschland, ist, dass die Realität in Wahrheit in Wahrheit die Realität verabschiedet. Es gibt eine große Angst, weil du siehst, dass dein Leben sich verabschiedet wird. Ja, die soziale Vorteile sind sehr, sehr wichtig. Die Gesundheit der Europäischen Union ist, der Gewalt erhöht, die Gewalt erhöht, die Gewalt erhöht, die soziale Öffentlichkeit erhöht. Aber das muss man auch verstehen, dass die öffentliche Offizie, die die Europäische Medien und die Europäische Regeln sagen, werden wir in der Lage die Autorität zu reduzieren, insofern, die Gewalt erhöht und die Gewalt erhöht. Wir befinden uns hier im SOS Kinderdorf, am Rand von Athen. Dieses Waisenhaus fängt normalerweise verwahrloste Kinder auf, die durch Gerichtsbeschluss von ihren Eltern getrennt werden. Aber seit dem Beginn der Sparmaßnahmen werden sie hier mit einem völlig neuen Problem konfrontiert. Die letzten zwei Jahre in unserem Land haben wir, wir haben, wir haben und wir unterstützen Kinder, die die wichtigste Herausforderung ist, das ist die Wirtschaft. Das heißt, es gibt Kinder, oder insbesondere Kinder, die die Kinder nicht mehr können, denn sie sind langfristig, die Kinder sind in den Anerkennungsgeräusern. Und das ist das Kind, das ist das Kind, das ist das Kind, wir haben. Die Hellen Gesellschaft hat eine sehr große Bedeutung von den Veränderungen der Arbeitsplätze, die Veränderung der sozialen und sozialen Bereichen, die sie unterstützen kann. Diese Zeit, nicht nur als Kindergarten, sondern auch als Hellen, habe ich dieses Gefühl für die Sicherheit und die Angst. Ich bin sehr froh, dass die Schmerzen, die ich in der anderen Seite des Tunnels nicht sehen kann. Ich bin sehr froh, dass die Schmerzen, die ich auf der anderen Seite des Tunnels sehe, ist aus der Strecke der Sphäre, die uns einen Ende kommt. Die besparungsmechanismen sind nicht die Lösung, wie man uns vorstellt. Sie formen ein Teil des Problems. Man ist nicht nur an das Besparen, man ist auch ein Stegen für Stegen soziale Zekerheitsstelsel an das Abbauern. Man ist ein Stegen für Stegen ein System von Publiek vorzieningen an das Entmanteln. Man ist ein Teil der Demokratie an das Abbrechen. Und das sind die zwei Problemen von der Politik der Europäische Kommissie. Sie machte die Koopkracht und sie entmantelt alle soziale Verworvenheden von der Klasse. In Barcelona haben Jaime und Lucia beschlossen, die Enteignung ihres Hauses anzufechten. Mithilfe der Nachbarn, von Freunden und der Plattform gegen Enteignung blockieren sie den Eingang zu ihrem Apartment. Heute musste der Gerichtsvollzieher das Weite suchen. Dank an der Presion Sociale, von den Plattformen geöffneten von der Bibliothek, von den Bezirn und die Bezirn, die sich gewechselt haben, haben wir heute gewechselt. Und wir gehen, vor allem, die Condonation des Abbrechen, weil es eine verhöhung, dass es noch mehr als 200.000 Euro noch mehr zu 200.000 Euro, auch noch zu versuchen, zu holen. Also, wir gehen uns nicht heute oder die nächsten Mal. Wir gehen. Wir sind gerade vor einem Dämpfer von der Demokratie vor dem Poder Económischen. Der Poder Económische ist die die Regeln des Spiel. Die Regeln des Spiel sind sicherlich injuste für die meisten Bevölkerung. Es ist nicht nur ein Recht, sondern ein Recht, sondern eine Obligation zu desobedeigen diese Regeln des Spiels, die wir nicht demokratisch entscheiden können. Die wichtigste Regeln haben, in einem Moment oder anderen, eine generalen Kampf gegen die Zivilgespräche. In Krisenzeiten müssen wir alle den Gürtel enger schnallen. In der nächsten Folge entdecken wir, dass das anscheinend nicht für jeden gilt. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.